peace freunde willkommen zurück lasst uns ein bisschen ganja verticken keine ahnung wo wir aufgehört haben die maus ist auf jeden fall schon wieder zu schnell gewesen wir haben aufträge fast available sechs stück okay aber dann brauchen wir auch noch bisschen gras und zwar wo war gras drin hier war gras drin ne quatsch hier ist gras drin so produkt verpacken neues paket drei gramm zack mein gott wie wir das schon drauf haben ja das war nie kompliziert alter das klingt ja wie bei silent hill was soll man da jetzt rausgehen ich scheiß mir da gar nichts scheiß mir da überhaupt nicht die luft ist rein sagten die karte oder ist ja eh gleich einer der was braucht ja hier so stoff klar was willst du denn zwei gramm marihuana kriegst mit einem fetten respekt das kriegen wir natürlich aufgrund dessen dass wir während der polizeistunde gras verticken noch viel mehr respekt okay okay wo ist der nächste hier zwei gramm amphetamin okay die luft ist rein ich habe noch nicht einen bullen gesehen was scheißen die denn so rum ich habe ich nicht dabei euch arschloch ja es stimmt was nicht halt die fresse ach jetzt wird immer sein dass die endlich den stoff weiß ja so lang nein ja stimmt was nicht mal etwas vergessen halt die fresse okay dann müssen wir nochmal heim ja hier workstation verpacken man produkt verpacken neues paket scheiße wie viel zwei gramm zwei gramm machen wir noch eins mit zwei nein nehmen wir nicht bis der erfolg was alter weil jetzt zu lang warten musste oder was hatte ich bin drogenkurier und nicht irgendein prime lieferdienst wo waren die tankstelle da oben der bullen technisch ist das echt easy gell auch muss ich gar keinen stress machen was da steht bloß check check die tankstelle aus was soll ich da machen what the fuck ist mit der los ist das cold mirror was soll ich jetzt kaufen warte mal warte 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 was sind meine schalte east old town und den alten marktplatz frei kaufe sprayfarbe und markiere vier wände in der altstadt finde einen potenziellen kunden und übergib ihm eine kostenlose drogenprobe zahle er die deine schulden zurück wenn du ein wenig geld mit die es gemacht hast okay wir machen jetzt das mit den wänden wenn jetzt in die altstadt okay bullen sind keine da okay fuck ist egal wo ich spray ich kann nicht einfach irgendwo spray ich habe meine spray dose gar nicht mehr dabei warum nicht war wo ist meine scheiß spray dose ich wieder zu der fucking tankstelle oder was spray dosen ja woher das ding brauche ich da jetzt drei stück nein ne es ist fünfmal ok akzeptieren jo schlage ein tschüss tschüssi es ist die polizeistunde alter was ist denn dann wenn nicht polizeistunde ist dann kann ich ja machen was ich will oder respekt so schalte east old town ja komm runter jetzt fertig finde einen potenziellen kunden und übergib ihm die uhrzeit ist doch kein kein arsch draußen einen alten marktplatz soll ich auch brain oder was wo ist denn der dann gehen wir noch zum alten marktplatz kann da gar nichts alter was geht hier ab während die da oben jetzt eine party feiern spray ich kann hier gar nichts brain kann hier nichts brain aber was oder er hat die tür angezeigt ok was machen wir jetzt verdammt muss dem eddie geld geben ich muss jemanden finden der mich ein bisschen stoff verkaufen kann ab die interesse an drogen drogen ich kann nicht mehr laufen nein ich kann nicht mehr laufen Alter, das hört sich an, als würde dein Mädchen neben mir stehen. Der ist am Arsch, der Welt, der Typ. Alter, leck mich am Arsch. Das war scheiße spannend. Wir gehen jetzt heim und tun ein bisschen schlafen. Auf den Schreck mal kurz ein bisschen die Euglein zumachen. Ich weiß gar nicht, ob ich schlafen kann. Doch, man konnte warten, ja. Ja, das ging. Aber wie? Wie konnte man warten, verdammt? Ich weiß es nicht mehr. Ja, wie soll man darauf auch kommen? Tee wie Time. Es ist immer noch Polizei. Das ist doch keine Stunde, Alter. Ja, aber ich habe jetzt wieder Aufträge. Jetzt pass auf. Er will was. Kriegst du. 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 So, 4 Gramm Marihuana zu Carol brauchen wir. So viel haben wir gar nicht mehr. Wir haben noch eine 3 Gramm Packung und eine 2 Gramm Packung. Und die haben wir hier noch. 3 Gramm noch. Da machen wir jetzt ein 3 Gramm Päckchen. Hier haben wir noch 4 Gramm. Da machen wir ein 4 Gramm Päckchen. Kann ich gar nicht machen. Äh, ich kann kein 4 Gramm Päckchen machen. Wollen wir 2 Gramm. So. Passt. So, raus hier. Es ist immer noch Polizeisturm. Aber wie wir gerade gesehen haben, können die Bullen mir jornischt. Deswegen scheißen wir uns da jetzt auch nichts. Gehen jetzt darüber zu Peppin. Der braucht 100 pro wieder irgendwas, was ich nicht habe. Oh, fuck. Peppin. Peppin. Was ist der? Peppin, Alter, wirst du mich verarschen? Steck dich doch noch besser. 4 Gramm. Ich habe keine 4 Gramm. Fuck you. Ja, halt's Maul. Wohin dann? Geh mal da runter. Da habe ich. 2 Gramm kriegst du. Und Peppin will 4. Wo ist der Peppin Walker? Der ist da drüben. Steck mal rüber. Habe ich. Habe ich. Hier. Zack. Der ist nicht das, was der Kunde hat. Die Produkte müssen die erwartete Form und Qualität besitzen. Du willst. Warum will der jetzt Marihuana? Ey, da stand doch gerade. Was? Ja, halt's Maul. Da stand doch gerade. Boah, das ist der Peppin Kuchanka. Die wollen alle Marihuana. Ich habe kein Marihuana mehr. Mein Gott. Okay, wir müssen zu Eddie. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Meine Pumpe. Ich habe es gesagt, die Bullen können mir gar nichts. Die habe ich abgezogen. So, Eddie. Neues Angebot erstellen. Marihuana. Brauche... Oh, oida. 20 Gramm Marihuana. Mit 10 Dollar. Warum? Weil ich ihm erst Geld geben muss, oder? Geld fürs Kartell liefern. Okay, ich warte auf dich bei mir zu Hause. Deine Schulden belaufen sich auf 120. 10 Skillpunkte verfügbar. Was? Geil ist das? Man kann auch upgraden. Eine größere Tasche. Und mehr Geld. Ich will Geld. Okay, da müssen wir jetzt zu Eddie nach Hause. Alter, wo wohnt Eddie? Sind die jetzt noch da? Alter, ich bin so scheiße erschrocken. Hier fällt gerade was ein. Wir könnten bestimmtes Marihuana, was ich habe, neu verpacken, dass die Menge wieder stimmt. Das probieren wir dann aus, weil ich kann eh keine neuen kaufen, weil ich zu wenig Kohle habe. Also, dann gehen wir jetzt zu Eddie. Bist du, Eddie? Lob, hier ist es. Hier hast du einen. Bitte, bitte, bitte. Okay, dann gehen wir jetzt heim, verpacken das Marihuana neu. Wir brauchen 4 Gramm Marihuana, 2 Gramm Marihuana und 4 Gramm. Wir haben 6 Gramm. Dann machen wir 1, 4 Gramm. Ich kann kein 4 Gramm Marihuana-Ding machen. Und wenn ich 2, 2 Gramm mache, geht das nicht. Warte, wenn ich da 2 mal 2 Gramm hinzufüge. Neues Paket, 2 Gramm. Erschaffen. Neues Paket, 2 Gramm. Erschaffen. Mach da 2 mal. Fuck off, Junge. Was ist das für ein Scheiß? Okay, wer wollte die 2 Gramm? Pepin Walker. 2 Gramm haben wir auf jeden Fall. Die können wir abgeben. So, Pepin. Hier sind deine 2 Gramm. Nein, 1 kriegst du. So. Boom, Baby. Und da ist neben mir Carol Coco. Die wollte 4. Das geht nicht. Alter, wer bist du? Oh Gott, Coco. So. Jetzt ging's. Wieso zahlt der 60 für 4 Gramm und der Under 40 für 2 Gramm? Wir haben auch so ziemlich alles verkauft. Wir haben jetzt noch ein bisschen Apfetamin. Wir stehen gut im Schuh. Okay, was machen wir jetzt? Wie viel Kohle haben wir jetzt? Reicht das, um was zu kaufen? 100, ja. Wir können 10 Gramm Marihuana kaufen. Wir brauchen nochmal 4 Gramm. also, hochdeppen, reinsteppen, Werkbank beflecken. Quatsch. Computermusik. Du musst die Werkbank Arbeitsmodus verlassen. Ja, ich weiß nicht wie. Ja, jetzt geht's, Alter. Ich hab vorher 80 Mal auf diesen scheiß Knopf gedrückt. Eddie, lass ein bisschen Gras rüberwachsen. Auf Ehre. 20 Gramm will ich haben. So, komm. Hello. Zack. Jetzt müssen wir wieder pennen, oder? Roter Briefkasten, Päckchen. Hol er ab. Hier, Lüftungsschacht. Ah, Mann. Na, kein. Ähm. Wir gleich nehmen, Mann. Na, nach Hause verpacken, den Shit. Nehmen wir erstmal Aufträge an. Da wird wir auch wissen, wie wir es verpacken müssen. Was willst du haben? Der will Gras, oder? Da hast du Gras auf Lager. Der will auch Gras. Perfekt. Und er will auch Gras. Gott sei Dank habe ich keinen Amphetamin gegeben. Ja, Gott sei Dank. Gott ist bekannt dafür, dass er den Drogendealern unter die Arme greift. Wir brauchen einmal 3 Gramm, zweimal 2 Gramm. 2 Gramm. So, und 2 mal 2. Hacken, 2 Gramm, 2 Stück. Hey, 2 Stück. Fertig ist die Lauge. Ah, und jetzt? Ja, der andere ist ja gleich vor meiner Tür. Perfekt. 2 Gramm. Kriegst du? Hier, zack. Ähm. Fuck you, Alter. Wo ist er jetzt? Fuck! Alter, warum jetzt? Diese Drecks-Polizeistunde, Alter. Bin sogar an dem vorbeigerannt. Ich suche noch nach mir und ich verticke meinen Stoff an. Solche Eier. Der letzte war da unten. So ein Scam-Trace da ungefähr ist. Scheiße aus. Hey, ganz ehrlich, wenn ich das nicht besser kann, ja. Ich könnte es nicht besser. Aber wenn ich das nicht besser kann, hüge ich halt einfach kein Flugzeug in das Spiel ein. Ich glaube nicht, dass irgendeiner da gestanden wäre und gesagt hat, boah, das Spiel ist eigentlich voll realistisch, aber warum gibt es denn keine Flugzeuge am Himmel? Bäm, Alter. Respekt auf Maximum. Abgeschlossen. Neue Lieferung. So. Schalte East Town und, äh, alter Marktplatz frei. Einen potenziellen Kunden muss ich noch finden. Die Kohle haben wir jetzt. 263 Dollar. Es lief gut für uns, Boys. Allmählich sind wir im Flow, ja. Ich weiß, wie der Drop jetzt gelutscht wird. Ja, das mit dem potenziellen Käufer fuckt mich ab. Ich will einfach diesen Auftrag weghaben. Und? Hier ist halt nie jemand. Checkt das nicht, ob das an dieser scheiß Polizeistunde liegt. Wie Gras haben wir noch? Na ja, wir müssen wieder einkaufen, Leute. Gehen wir jetzt nach Hause, telefonieren mit Eddie. Ich scheiß komplett drauf, Leute. Wir hören jetzt auf. Da haben wir ja ein bisschen was geschafft, gell? Da haben wir ein bisschen, ein bisschen Gras vertickt jetzt. Nächste Runde schauen wir, dass wir diesen scheiß Marktplatz freischalten und einen potenziellen Kundenfinden, dem wir mal eine ordentliche Drogenprobe verpassen können. Danke auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.